Was ist das? 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 Immer zum Kopf, genau. Auch wenn ich voll so hochnehme. Esst du! Schöne... ... ... Es boxen in der Roten Ecke. David Schüstermann, TSV Wismar in der blauen Ecke, Gerhard Heidmann, BC Greifswald. Ring frei, Rund 1. Ring frei, Rund 2 meter. Rund 2 meter. Davaj. Da, da, da. Gebi pravda, da. Meine Damen und Herren, in der Roten Ecke sind die Karis Schustermann. Die Karis Schustermann sind die Karis Schustermann. Die Karis Schustermann sind die Karis Schustermann. Die Karis Schustermann sind die Karis Schustermann. Drinkfrei, Runde 2 Jetzt kommt die Linke raus! Jetzt! 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 Geh nach vorne, geh nach vorne! Jetzt kommt sie raus! Jetzt! Jetzt! Geh nach vorne! Geh nach vorne! Geh nach vorne! Und wieder links! Die Linke reinstecken! Linke rein! Rein! Geh nach vorne! Schreie weg! Und wieder links! In der blauen Ecke sehen sie Gerhard Heidmann vom PC-Greisheit. In der blauen Ecke sehen sie Gerhard Heidmann vom PC-Greisheit. Schreie weg! Jetzt kommen sie zu dir, hier rein לח! Washington, Dasch, Dasch. Hier ist drei! Halt euch! Opa! Däuner der Kostboden, Dasch, 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 Dasch! Was soll jetzt mit der Kostbode hin? Ausgaben! Die Kostboden, Dasch. Einsgelden! Gib euch den Kostboden, Anruhe! Halt euch, gut! Bist! Halt euch, ganz gut! Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Runde 3 Link 2, Runde 3. Die Puskei-Belisse. Und bei der Feustur, Daniel, Feustur und los geht's! Und links, links, rechts, los! Ja, schön! Und wieder! Und wieder, und wieder, ja! Wir sind eine andere Seite! Reine, reine! Ihr wollt ihr immerежstarten! Lepa! Schön ist, Kandidat! Lepa, ab sofort! Raus! Raus, ab sofort! Raus, ab sofort! Ab sofort! Ab sofort! Ab sofort! Da jetzt! Einen Nachhall, auf sich! Ab sofort! Los, los, los! Amen. Und hier das Urteil des Kampfgerichtes. Die Liga mit 2 zu 1. Richterstimmen der Kämpfer in der roten Ecke. Daniel Kieskramann. Hier ist der Fall.